Gemacht, um Licht und Luft zu schaffen, damit Menschen frei, konzentriert und sorglos denken, arbeiten und leben können. Das ist Wirleit. Gefertigt aus pulverbeschichtetem Stahl, zeitlos elegant designt und kompromisslos effektiv integriert sich Wirleit mühelos in jedes Raumkonzept und reinigt keimbelastete Luft dort, wo sie entsteht. Zum Beispiel direkt am Schreibtisch. Ihr Licht ist brillant. Ihre Technik flüsterleise. Ihre Mission ist einfach. Mit innovativer UVC-Technologie nicht nur Luft, sondern auch Gedanken von Viren und Bakterien befreien. Für ein Stück Normalität und Freiheitssorgen. Form und Funktion in den Farben Schwarz, Weiß und Silber. Das ist mehr als eine Leuchte. Es ist das Gefühl der Sicherheit. Diese eine Sorge weniger. Licht und Luft für ein Stückchen persönliche Freiheit. Das ist unser Beitrag. Das ist unser Beitrag. Das ist unser Beitrag. Das ist unser Beitrag. Das ist unser Beitrag.